Herzlich willkommen auf Casinoverdiener.com. In diesem Video erfährst du, wie du Nights Live bei Sunmaker kostenlos oder mit Echtgeld spielen kannst. Zuerst musst du dich von Casinoverdiener aus zu Sunmaker weiterklicken. Den Link zu Casinoverdiener findest du unter dem Video. Klicke unten auf der Seite auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Sunmaker. Du verlässt dann Casinoverdiener und bist jetzt auf der Seite des Sunmaker Casino. Klicke auf der Webseite von Sunmaker auf Spielautomaten, um Nights Live kostenlos zu spielen. Suche Nights Live in der Liste und klicke auf Play. Das Spiel lädt dann und du spielst mit Spielgeld. Natürlich kannst du dort auch nur Spielgeld gewinnen. Möchtest du dein Glück mit echtem Geld und echten Gewinnen an den Merkur Automaten versuchen, musst du dich zuerst registrieren und kannst dann bequem Geld einzahlen, das du dann bei Nights Live setzen kannst. Klicke dazu auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Registrieren ganz oben auf der Seite. Trage deinen Vornamen, deinen Nachnamen und dein Geburtsdatum ein. Weil du Geld einzahlen möchtest, benötigt Sunmaker außerdem deine Anschrift. Zum Schluss wählst du dir einen Benutzernamen und dein Passwort aus. Wähle eine Sicherheitsfrage, falls du irgendwann dein Passwort vergessen solltest. Jetzt gibst du noch den Bestätigungscode ein und bestätigst, dass du über 18 bist. Klicke dann auf Absenden. Hier kannst du noch einmal deine Daten prüfen. Jetzt musst du die Mail von Sunmaker abrufen. Öffne dazu dein E-Mail-Postfach und klicke auf den Aktivierungslink in der Mail von Sunmaker, um dein Spielerkonto freizuschalten. So sieht die Seite von Sunmaker aus, nachdem du den Link geklickt hast. Bist du freigeschaltet, kannst du dich mit deinen Nutzerdaten oben rechts einloggen und Geld einzahlen. Klicke hier auf Jetzt einzahlen und trage dann den gewünschten Betrag ein. Klickst du auf Jetzt Bonus auf diese Einzahlung aktivieren, bekommst du einen Bonus von 100% bis 300 Euro. Zahlst du also 10 Euro ein, kannst du mit dem Bonus mit 20 Euro spielen. Um dir den Bonus wieder auszahlen zu lassen, musst du ihn 25 mal innerhalb von 60 Tagen umsetzen. Das Geld überweisen kannst du zum Beispiel mit Skrill von Moneybookers. Klicke auf das Logo von Skrill und dann auf Einzahlen. Wähle eine Zahlungsmethode, wenn du noch kein Konto bei Moneybookers hast. Bist du dort schon angemeldet, kannst du dich auf der rechten Seite mit deinen Kontodaten von Moneybookers einloggen. Jetzt musst du nur noch die Zahlungsart wählen und auf Bestätigen klicken. Mit dem Bonus hast du jetzt bei einer Einzahlung von 10 Euro ein Guthaben von 20 Euro. Klicke dich jetzt zurück zum Casino-Bereich. Jetzt kannst du Nights Live spielen. Nights Live findest du wieder unter Spielautomaten. Suche das Spiel dann in der Liste und klicke auf Play. Das Spiel lädt direkt in deinem Browser. Unten rechts kannst du deinen Einsatz verändern. Klicke auf Start, damit die Walzen sich drehen. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Nights Live bei SunMaker. up Vielen Dank.